Hallo ihr Lieben! Passend zu den Feiertagen zeige ich euch heute einen Stern als Servietentechnik, Falttechnik und ich habe dafür eine große Serviette genommen. Die ist jetzt ein bisschen dünner, mit einer dicken Serviette geht es besser. So, die klappt ihr auf und nehmt erstmal die unteren Seiten und faltet sie zur Mitte, die Ecken und mit den oberen genauso. So, dann dreht ihr sie einfach mal vertikal und macht das gleich nochmal. So, dann geht sie wieder zweimal offen gelegt und dann bis zur ersten Faltlinie noch einmal die Serviette legen und dann immer hin und her. Umdrehen und nochmal knicken. So, jetzt legt ihr die Serviette so hin, dass die Zunseiten nach oben zeigen. Nehmt ihr die erste Ecke und versucht einfach die Spitze hier in der Mitte bis hier unten hin zu legen, so dass ihr hier auch eine Spitze habt. So, dann klappt das dann wieder zusammen. Es ist ein bisschen friemelig. Ich hoffe, man kann es gut sehen. So, das macht ihr mit allen Seiten. So, dann legt ihr nochmal die Seiten übereinander, drückt richtig fest drauf und könnt dann die Serviette hinstellen und fächerartig wieder zusammenfüllen. So, wenn ihr jetzt eine dickere Serviette habt, dann wird das wahrscheinlich von alleine so halten. Als Tipp, nehmt einfach Büroklammern und fixiert sie hier unten drunter. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis dann!